Dieses Video wird dir möglicherweise nicht gefallen, denn es ist die brutale Wahrheit in deinem Leben genauso wie in deinem Unternehmen. Du kannst eine Lüge nicht verändern. Egal was du in deinem Unternehmen verändern willst, was du verbessern willst, solange du dich selbst darüber belügst, was eigentlich dein Problem ist, kannst du es nicht ändern. Was meine ich damit? Wenn du sagst, wir haben ein Umsatzproblem. Die Wahrheit ist, du hast wahrscheinlich kein Umsatzproblem. Das, was an Umsatz fehlt, ist nur das Symptom. Das Problem ist, du hast eine schlechte Marke, du hast eine Marke mit kontinuierlichen Rabattaktionen selbst zerstört, du hast keinen Dealflow, du hast zu wenig Leads, du investierst nicht ins Marketing. Das sind tatsächlich die Ursachen, die dann zu diesem Umsatzsymptom führen. Und solange du dich über solche Dinge selbst belügst, wirst du sie nicht reparieren können, denn das Umsatzproblem lässt sich so nicht anfassen. Dein Problem ist nicht zu wenig Umsatz, dein Problem ist viel weiter vorne in der Kette. Und das gilt nicht nur für Umsatz, sondern auch für alle anderen Dinge in unserem Leben. Solange wir nur über Symptome reden und nicht über die Ursachen der Symptome, solange können wir nichts verändern und deswegen auch nichts verbessern. Bitte prüf das für dein Unternehmen, wo du dich möglicherweise selbst belügst. Nimm dich selbst an der Nase und fühl dich zur Wahrheit. Ich wünsche dir viel Erfolg. viel Erfolg.